Heute, um 118. Wer könnte man da nehmen? Ich habe die Schulter. Ich werde die Damen. Du solltest gleich wieder vielmehr anrufen. Das bringt uns das Polischwein. Ernsthaft. Siehst du den auch mit? Darfst du 118 anrufen? 118 anrufen? 118 anrufen? 118 anrufen? 118 anrufen? Oder 18 anrufen? Ja, das ist Eschbach. Grüezi. Ich würde gerne einen Brand melden im Schulhaus Bonischwein. Der Paul, das Schulhaus brennt. Ja. Gut, machen wir. Ja, ist gut, machen wir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Brand, mittel, im Ponystil, Schulstraße, Bramma-Schulhaus Wir haben gesehen, der Brand ist geblendet worden, 118 Jahre alt. Jan hat das Telefon geschaut, wir haben hier den Herrn Aueiwacher am Morgen um 6 Uhr Topfeet hoch und runter, ihr habt die Abend gehört. Macht euch hier die Apparat, reitet die Brille an und zeckt nach wie schnell! Auf Halmwil zum Thelen. Rett wie Kuss. Schauen wir bereit zum ersten Aktierplatz. Er macht einen Rückgang für das ganze Gebäude an. Er macht die Notizen. Für alle Zuschauer haben hier ein Fernseher, wo wir das Pilzgün von oben her projizieren. Merci. Da bin ich super drauf. Das ist gut. Das ist gut. Wir werden sehen, wie wir da stehen. Der Alarm ist raus, bis es pro 8 oder 10 Minuten geht, bis die LF aufrund steht. Die ersten Leute treffen uns am Randplatz, ausgerüstet. Die LF ist mit der Rückführung zugefahren. Wir warten jetzt an Anweisungen für den Standort der LF. Das sind die Werke gestorben. Die LF ist mit der LF. 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 Vielen Dank.